Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir hier diese schöne Route gebaut, um die CO2-Probleme auf der Station zu reparieren, die uns die ganzen Kerbals gekostet hat. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, 3, 2, 1, Liftoff. Das ist wieder so ein richtiger Slow-Mo-Start. Also diese Rakete hat es geschafft, unsere zwei Landemodule bis zum Mann zu bringen und hat immer noch tonnenweise Sprit. Also auf jeden Fall die unteren zwei Stages sind da mit involviert gewesen. Dann wird es das hier bestimmt auch schaffen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Wir werden aber hier in diesem Fall, im Gegensatz zu den anderen, schon relativ früh mit einer Turnburn anfangen. Und falls ihr es nicht wisst, also ich habe es sogar noch erzählt, im Hintergrund spiele ich selber privat wieder auch Kerbal Space Program. Weil normalerweise habe ich die ganze Zeit das Projekt hier gesetzt. Ich spiele jetzt privat mit Contracts, also wirklich mit Kohle auch. Was das Ganze sogar sehr interessant macht, weil du kannst, wenn du zum Beispiel, wo ich mir gedacht habe, das wäre echt zum Beispiel für die, für ein Let's Play viel geiler. Aber der Science Mode ist, finde ich persönlich, schwerer. Wenn du keine Science mehr kriegst, bist du im Arsch. Aber im anderen Modus, eben im Career Modus, kannst du dir ja auch aus Geld oder Reputation im Hintergrund wieder Science holen. Bedeutet, du läufst nie aus. Du musst bloß umwandeln. Und wenn du dann Touristenmissionen fliegst, dir genug Geld geben, damit du was umwandeln kannst. Hell yeah, dann machst du halt 100 Mann Missionen oder große Mann Missionen, wo du 10 Touristen mitnimmst. Baust du eine richtig geile Rakete und ab geht die Post. Das ist natürlich dann was anderes wie jetzt hier. Also ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel jetzt aktuell, ich habe noch nicht so viel gespielt. Ich glaube zwei Stunden oder sowas habe ich investiert, aber dann meistens immer Mitternachts. Und es ist halt wirklich so, dass ich zwar teilweise echt Probleme habe, auch bestimmte Sachen zu machen, weil du natürlich auch noch auf eine zweite Komponente schauen musst, das Geld. Und natürlich die Reputation ist natürlich auch ein bisschen wichtig. Aber du kannst halt umwandeln. Du kannst Geld in Reputation machen, indem du Kampagnen führst. Oder du tust das Geld in Wissenschaft umwandeln und vice versa. Was es auf eine gewisse Weise interessant und einfacher macht. Weil wenn du jetzt so einen Suborbital Flug annimmst für Personen, baust du eine schnelle Rakete, die halt hochschießt, einen bestimmten Winkel einnimmt. Ohne Lenkung, ohne irgendwas. Und schießt ihn hoch und lässt ihn wieder landen. Und da brauchst du keinen Piloten rein theoretisch mitschicken. Oder du baust halt eine größere Kapsel, die wirklich hoch und wieder runterknallt mit dem Computer drin. Funktioniert ja alles. So. Wir sind auf einem guten Flug. Wir haben immer noch 2000 MS in dieser unteren Stage, was immer noch erstaunlich viel ist. It's going on. Schauen wir mal, wie weit sind wir schon. 60.000. Und ja, es ist beabsichtigt, dass der hochfliegt. Diese Stage ist nur eigentlich dafür da, einen so weit wie möglich aus der Atmosphäre rauszupuppen und die anderen zwei Stages übernehmen den Rest. Ist mal ein ganz anderer Ansatz wie bei meinen anderen Raketen. Dass du halt mit einer Stage so viel Boost machst, dass du hoch rauskommst und dann wenig Velocity rein theoretisch brauchst, um zum Mann zu kommen. Und ihr seht auch, was unser großes Problem, glaube ich, aktuell ist. Das ist sogar gelandet. Methan, Refueler, Low, Small, Terminal. Und Mann, Stage 001. Hier sind überall Müllsachen in der Umlaufbahn. Hier wird teilweise sogar sehr, sehr tief fliegen. Also, man müsste wahrscheinlich mal hier wirklich aussitieren. Das? Was ist das für Teile? Die fliegen ja teilweise sogar gar nicht mehr in der, ähm, außerhalb der Atmosphäre. Sondern sind halt einfach geblockt, weil sie nicht sozusagen erkannt werden, dass sie dementsprechend fliegen, ne? Sind wir über 400 MS. Wir sind schon bei einem 400.000er Orbit. Und das ist, was ich gemeint habe. Jetzt sind wir dann bei 800.000. Jetzt setzen wir den Thrust runter. Docken die Stage ab. Alles frei. Jettison Fairing. Jettison Fairing. Und schon ist alles wieder gut. Rein theoretisch kann ich jetzt mit R den Abstand noch generieren, den wir bräuchten, damit wir einfach besser Abstand haben. Wir haben jetzt auch keinen extra Strom mit. Weil ich denke, das sollte locker reichen. Schauen wir mal, wie lang hält denn der Strom? Drei Stunden nach aktuellem. Ich vermessen, wenn ich das ausschalte. Zwei Tage. Schaue her. Wir benötigen das ja auch nicht oft. Fehlfunktionen. Doona Project Orion hat eine Fehlfunktion. Expandant Victoria. Da gibt es einige, die mittlerweile Probleme haben. Man Station hat Carbon Dirt, seit vier Prozent zu unendlich. Da ist das Problem. CO2 Niveau in der internen Atmosphäre zwei Prozent und das tötet deine Körbels. Yay. Ach, die Trümmer Relays haben null Prozent. Ach, gut zu wissen. Endurance Man. Endurance Man. Was weiß man, was ist das nochmal für eine Mission? Das hat einen kritischen Ausfall. Alter, Sonnensturm im Gang. Satellit EVE. Oh. Beim EVE-Satellit ist ein das unterwegs. Die mäßige Strahlung macht uns aber lustigerweise nichts mehr. Und da sieht man schon, da fliegen die verschiedenen Jettisons alle weg. So. Und jetzt gehen wir nach hier oben. Hier vorspulen. Also man sieht nur diesen Ring sich bewegen an Müll. Da sieht man einfach wie viel Müll wir verursacht haben schon. Ist eigentlich schon unglaubwürdig. Vor allem die müssten wir mal rauskriegen. Die müsste man abfangen. Irgendwie andocken, abfangen. Da müsste man so Crawler mal machen, die da wirklich für zuständig sind und dann halt die Orbit so verändert, dass sie einschlagen. Also sind auch Kosten, aber wir müssen halt mal wieder säubern. Schaut euch diesen Orbit an. Wenn es so weitergeht, werden wir bei Folge 200 nicht mehr gescheit starten können oder hier oben starten auf einem der anderen Startbahnen. Einfach damit wir einen anderen Winkel kriegen. Das wäre ja auch nicht das Ziel. So, T aktivieren und natürlich in letzter Zeit zoomt der immer so weiter rein. Ausrichten, weil jetzt kommt der erste Schub, der hat auch nicht 3000 MS verbaut. Der Plan ist ja dahinter, dass diese Teile extrem viel Last übernehmen können und halt wir nie zu wenig haben. Deswegen hat dieses Stage hier auch noch mal da oben zum Beispiel so viel und der wird genau zweimal geburnt. Einmal um halt den Orbit zu erreichen und danach noch mal geburnt, um zum Mann zu kommen und was wir jetzt dann gleich sehen werden, ein Phänomen, es würde relativ flott gehen, einfach weil wir hier oben gut Schub ausüben können und Schub. Es dauert zwar ein bisschen, aber ich meine 3000 MS bedeutet, wir können locker noch mal 1000 da draufhauen und dann sollte das alles passen. Wenn wir jetzt hier unten gucken, es geht auch flott. Die Zahl, mir taugt es, also du kannst natürlich wahrscheinlich auch flacher fliegen, aber du hast halt das Problem, wenn du flacher fliegst, bist du länger in der Atmosphäre, bedeutet, du hast mehr Bremsvelocity, weil du ja gegen die Atmosphäre oder gegen die Luft einen Widerstand erzeugst und dadurch dich bremst. Wenn du das so hoch machst, hast du kein Problem mehr damit. So, jetzt sind wir außerhalb der Atmosphäre und haben immer noch extrem viel Schub hier unten drin und ich mache es jetzt so, dass wir überall, egal wo, relativ gut schieben können, bedeutet, wir werden einfach schauen, dass es relativ gleich hoch ist, beides, beides so zwischen 900 und 700.000 Meter, Kilometer, ach stimmt, das sind da Kilometer unten. Meter wäre ein bisschen, das sind nur 700 Kilometer, obwohl, würde auch passen, Rantürrutsch, ne? Oder what? Obwohl, das sind bestimmt Kilometer, Meter, Dings, da. Also, wir können hier gucken, wir haben 106 Debriteile insgesamt. So, ist jetzt zwar nicht ganz elliptic, aber ist ja wurscht. Ähm, bedeutet, wir müssen eh hier hinten einen Schub machen, wahrscheinlich, so ungefähr auf der Höhemandeuver hinzufügen. so ungefähr auf der Höhemandeuver und dann schauen wir zum Mann. Ist das der Eingang oder der Ausgang? Ich weiß es nicht. Mann Flucht ist, das bedeutet, wir fliegen dann in die falsche Richtung. Und jetzt haben wir hier, das habe ich jetzt herausgefunden, du kannst hier mit Geschwindigkeit, Maßregeln, wie schnell sich das Ganze drehen soll. Bedeutet, wir machen jetzt hier eine Umdrehfunktion. Ich gebe uns jetzt hier den Flug und gehe ein bisschen zurück. So, weil wir müssen ihm ja die Schelle dann dort abgeben, auch wenn sie so viel Schub noch hat. Wir haben da drüber eine, die hat einfach mehr Zündungen. Wir gehen dann das Risiko sonst ein, dass die Zündung dann kaputt ist. So, Batterie müsste auch wieder eigentlich in einem guten Zustand sein. Wo ist ja der elektrische Sturm? Fast voll perfekt. Der richtet sich jetzt aus und danach geht es mit und direkt flucht weiter. Und durch die Satellitenschüssel da oben sollten wir auch nie Probleme haben mit Verpfung. Aber ja, schauen wir mal. Das sind jetzt halt dezente Aufgaben. Da drüben ist unser Ziel, theoretisch sogar. Hallo! Ja, aber wir wissen es ja. Professionalität ist nicht unbedingt meine Stärke. Ja, hupsi, 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 hupsi. Wir wollen hier über Kreuzleitung deaktiviert aktivieren. So, jetzt haben wir hier aktivieren. Okay, jetzt kann ich es noch aktivieren. Warum? Da haben wir halt keinen Schub angezeigt, ist halt beschissen. Sagen wir es so, wie es ist. Ich muss zurück. warte, das war jetzt hier der Button. Ah, jedes Mal wieder. Wir machen SS aus und spulen mal hier hervor. Ich mache jetzt mal die Trübe wieder aus, weil du siehst halt absolut sonst nichts. So, wir haben noch drei Minuten, bis wir schießen müssen. Wir brauchen gar nicht mal so viel Schub, wir brauchen gerade nur 29 Sekunden. Denk mal, das wäre ungefähr hier 22 Minuten, 29. Das kommt gut hin. Das kommt echt gut hin. Hö. So, nochmal, perfekte Ausrichtung. Vorbereiten, ein bisschen vorspulen. Da richten die Zeit runter und Vollboost, komm. Schub, Junge, Schub. Ei, ei, ei. Aber das ist das Problem. Das ist, was ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt cutten würde, wahrscheinlich im Hintergrund mehr machen würde einfach. Ich würde nur sagen, hey, wir haben ein Problem, ich fliege eine Rakete los und ich würde vielleicht einen Schnellschnitt nähen. Ich weiß nicht, ob ich das cool fänden würde oder nicht. Ich wüsste aber auch ganz ehrlich nicht, wie ich dann das ganze Videomaterial zusammenkriegen sollte teilweise. Aktuell ist es halt echt stressig. Ich habe jetzt dann Matura auch wieder nicht im Homeschooling, sondern, Homeschooling, Homematura sozusagen, sondern ich habe es jetzt wieder im Vifi. Was ja auch wieder bedeutet, dass, ja, ich jeden Montag und Mittwoch bis 9 Uhr, wenn nicht sogar bis 10 Uhr unterwegs bin. Was zum Gott sei Dank ist. Weil du halt wirklich dann an den zwei Tagen überhaupt keine Freizeit mehr hast. also, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr jemals Matura beim Vifi macht, nehmt einen einmaligen Kurs die Woche, weil ansonsten, also ihr tötet euch selber dafür, dass ihr das gemacht habt am Ende. Es ist leider so. So schön es ist, dass ihr danach sozusagen die dementsprechenden Sachen habt und alles, aber ja, es ist grausam, glaubt mir. Es ist grausam. So, jetzt jettessen wir das. Machen einen Vorschub. Was eigentlich ja nicht das Ziel ist. Aber so. Wenn wir jetzt auf die Map gucken, seht ihr, dass es relativ viel Schub gibt. Und wir jetzt hier wieder auf so den selben Orbit reden können. So. Was ich gerne noch probieren würde, bevor wir ähm da was machen, ist, ob ich den gerade kriege. aber ich muss gerade auswählen, welche Flugbahn welche ist. Damit ich leihen kann. Das wird schon funktionieren, so circa. Das wird schon mal relativ grad dann. Okay, das können wir dann auch nochmal ausrichten. Oh fuck, ich hab erst die Asam. Das sollte ich lassen. Das sollte ich lassen. Ihr seht schon, jetzt ist die schneller, die wird auch viel schneller ankommen und dann aber auf den Boden vom Mann crashen. So verhindern wir jetzt auch Müll. Im Gegensatz zu davor, wie wir dann halt irgendwo einfach gejettet dessen haben, ist das sozusagen die cleanste Rakete, die wir jetzt wahrscheinlich aktuell besitzen. Neben unserem Personaltransporter, den wir hatten, der aber in der Atmosphäre verglüht ist. We don't talk about that anymore. Ja. Das war eine nicht so schlaue Idee von mir damals. Aber das müssen wir auch wieder aufleben lassen. Einfach weil halt auch zum Transport von Crew sowas sehr praktisch ist. Vielleicht in Zukunft mit Atomantrieben drunter. Und einem sehr starken Antrieb in der Mitte, der zweimal gestartet wird oder sowas. Wir werden es ja sehen. In drei Stunden sind wir an unserem Punkt. Ich brauche jetzt mal CO2 Hilfe. Und zwar würde ich gerne wissen, wie lange. Zwei Tage hält er. Hält aktuell der Akku. Bedeutet, ich werde mal davor schwulen. Natürlich wieder Punkt anpassen. Der wird den Körper in Strahlungsgürtel extremer Strahlung ausgesetzt. Ja, der eine wird jetzt aktuell echt gelten wahrscheinlich gebraten irgendwann. Aber, auch nicht die ganze Zeit. Es ist nur noch gelb. Ich finde es funny. Irgendwann sagt es, ja, du, nee, das ist absolut kein Problem. Gib top 2%ig, ist super. Ich muss dann nicht herausfinden, wie ich das auch chattesten, weil ich muss dann immer wieder eigentlich einen Tanker vorbeikommen lassen, der es abpumpt. Das ist auch ecklich. Weil bei dem anderen haben wir die angedockten Module. Das sind Probleme, die man nur in den Raumfahrt hat. Wie kriege ich was von A nach B? Wenn es sich bewegt, 100 Kilometer entfernt und da jahrelang entfernt ist, dann muss man im Grunde ja vorplanen. halt immer noch 9 Minuten entfernt. What? Das ist, Alter, das sind immer noch 8 Minuten. Ich will das hier haben. 8 Minuten 32, das sollte funktionieren. So, jetzt macht jetzt auch gleich hier keinen großen Unterschied, wo genau. Es ist eher die Frage, wie viel. Und jetzt machen wir R. Ich mache das jetzt einfach mit den RCS-Ferstern, weil wir haben eigentlich genug. Und Monotripsch, ich würde sagen, 800. Das geht eigentlich super. Das sind also circa 800 Sekunden, die man dann hat an Schub. und es kommt gut timingmäßig hin. Aber Leute, ich muss leider sagen, das ist es für diese Folge auch wieder gewesen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann hoffentlich die Rettungsaktion von unserer Rakete machen können und vielleicht sogar die Länderkapseln einbauen können. Also, bis dann. Ciao! Wooooow! Everything changes. Outro